Wie lange bin ich eigentlich schon bei der Aufnahme? Bei 1,40m ungefähr. Ich muss ja den Anfang abziehen, wo ich synchronisiere und so den ganzen Kram. Das vorbereite. Ich starte meistens schon die Aufnahme und keine Ahnung, den mache ich noch. Zwei Minuten brauche ich den noch oder so. Und dann synchronisieren und dann los geht's. Kacke. Weil es war halt nicht so kacke. Ja, hätte ich da springen können? Ich weiß nicht. Also, es kommt halt schon auf ein paar Sachen an, aber da das Level so lang ist, hat man halt auch... Naja, man hat mehr... Man kann sich ein bisschen mehr Zeit lassen an manchen Stellen, so, ne? Habe ich zumindest so das Gefühl manchmal, dass die Zeit hier ein bisschen großzügiger ist halt, weil das Level halt so lang ist. Aber ich glaube, beim letzten Mal... Ich weiß gar nicht, wie viel hatte ich denn? So, zack. Ich meine, es waren irgendwo bei dreieinhalb Minuten, habe ich das Level-Bean-Nut gehabt. Und das war Gold. Hier mussten wir warten. Ja, ich meine, es waren dreieinhalb Minuten, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Und hier bin ich auch einfach nach links weitergesprungen, weil die vier Sekunden dazu sammeln. Also, ich weiß nicht, es lohnt sich wahrscheinlich schon. Aber irgendwie hat sich das so angefühlt, als würde das sich aufheben. Also, so plus minus null. Aber es wäre ja auch eigentlich Quatsch, ne? Naja, egal. Ich habe es beim letzten Mal auch ohne geschafft. Ich darf halt nur nicht runterfallen. Das ist halt das Schwere an der ganzen Sache hier. Nur nicht runterfallen. Das kann schon manchmal schwer sein. Vor allem nicht von ganz, ganz oben. Das ist das Schlimmste halt. Bloß weg, man. Auch nochmal gerettet. Kommt man eigentlich nochmal ne Akku? Ich glaube nicht. Auch hier oben rauf spart man halt ein bisschen Zeit. Und man kommt so durch. Hier müssen wir jetzt auch warten. Ganz logische Sache. Geht auch wieder rüber. So, jetzt müssen wir nochmal nach oben. Ja, schafft man nicht. So schnell kann man das doch gar nicht machen. Also, da muss man die zweite Plattform nehmen. Das war Glück gehabt. Aber vom Allerfeinsten. Ja, ja. Das war auch Glück gehabt, ne? Wahrscheinlich war das auch Glück gehabt. Da, ich schaffte das Gold nicht mehr. Also, das war es mit Gold. Sollte es zumindest gewesen sein. Ich weiß es nicht genau, aber... Runterfallen ist halt tödlich so, ne? Da ist sowas von absolut tödlich. Aber... Ich kann halt auch wieder nicht darüber springen. So, jetzt erst. Timing ist halt schon ein richtiger Abfuck. Der letzte Kram hier. Oh, Mann. Ich weiß nicht, ob das noch Gold ist. Es ist noch Gold. Wow. Da habe ich ja nochmal Glück gehabt, Alter. Obwohl ich runtergefallen bin. Boah, dann ist das Level ja gar nicht so scheiße schwer. Ich dachte, bei einem Fehler ist es halt over. Wie viel brauchen wir denn für Platin? 3,41? Ne, der kann das ja mit 3,5 gar nicht sein. Wisst ihr was? Wir speichern das jetzt kurz. Speichern. Ja. 43% Und dann laden wir das einmal kurz. Das interessiert mich jetzt. Das gucken wir jetzt kurz nach. Dann können wir auch gucken, wie viele Platin ich hatte. Ich glaube, ich hatte 6 Platin. Das wollte ich auch nochmal gucken. Wie viele Platiner-Sachen ich da hatte. 8 sogar. Krasser Scheiß. So, um nicht gespoilert zu werden, was da alles noch kommt. Naja, was heißt gespoilert werden, ne? Gehen wir jetzt einfach einmal so rum. Ich glaube, der Weg ist ungefähr gleich. Oder vielleicht ist der andere auch kürzer. Keine Ahnung. Sunset Vista. Da war ich Platin. Doch, 3,27. Tatsächlich. Cool. Äh. Krass. Also hatte ich doch das richtig in Erinnerung mit ungefähr 3,5 oder 3,27 Wart. Dass das Platin war, wusste ich aber nicht mehr so genau. Da muss ich ja auch richtig abgegangen sein, als ich die Platin hatte. Gut. Koala Kong. Der nächste Boss und damit auch das letzte Level von der zweiten Welt. Und den haben wir echt so gesehen alles zu 100% in Welt 1 und 2. Halt so weit, wie wir es machen können. Also das ist schon echt krank. Habt ihr mal auf die Zeit geguckt? Ich bin nicht mal 2 Stunden dabei. Und ich dachte schon, die 7 Stunden wären ganz gut. So von der Zeit her. Bei 7 Stunden. Das Spiel zu 105% durchzuspielen. Äh. Wer kann das so, ne? Vor allen Dingen mit Zeit halt. Das ist ja das Schwerste. Die Zeit ist... Ohne Zeit schaffe ich das, äh... Irgendwie in 4 Stunden oder so. Aber... Ne, warte. 4 Stunden? Ich glaube 4 Stunden. Wobei brauche ich 3 Stunden für die Zeit? Naja, kann nicht sein. Hä? Der Stein muss mich getroffen haben. Weil an dem, da stirbt man nicht, wie man sieht. Ja, also wurde ich mal wieder verarscht. Weil der Stein war meilenweit weg irgendwie. Aber okay. Sehr nett. Wir bleiben jetzt noch rechts stehen. Hier können wir nach links so machen. So, jetzt kommen mehr Kisten. TNT mäßig. So, noch eine da. Dann werden wir wieder rechts. Dann können wir gleich nach links abhauen. Oder auch nicht. Wer einfach nicht geworfen hat. Theoretisch kann man halt in einer Ecke immer stehen bleiben und braucht nur hochspringen. Es ist nicht der schwerste Boss. Nein, nein, nein. Auf jeden Fall nicht. Na, komm, geh weg, du scheiß Wagen. Ja. Die hätten nicht fast bekommen. Ja, die Wagen sind richtig kacke. Die halten das so oft auf. Diesmal. Aber nicht, mein Freundchen. Ja. Und jetzt, beim ersten Mal, denk mal so. Oh mein Gott. Und dann kommt der Wagen und man denkt so, wow, super, super. Ja, Koala Kong besiegt, würde ich sagen. So, jetzt fängt es langsam an, schwer zu werden. So ganz, ganz langsam. Jetzt kommen nämlich die ganzen farbigen Edelsteine noch. Wo wir halt nicht sterben dürfen. Wo wir halt nicht sterben dürfen, ne, bla bla bla. Hier können wir alles holen. Das ist schon mal klar. Das ist auch nicht so das schwerste Level. Das ist eigentlich ganz angenehm. Auf Zeit kann das nachher noch ein bisschen schwerer werden. Aber auch das sollte nicht das Problem sein, weil das ist, naja, das ist das erste Level von denen. Hier ist halt ein kleines Secret. Ein kleines, großes Secret. Und man muss Embryo hier wieder sammeln. Alter. Ey, 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 mach nicht diesen jetzt hier. Okay, los, weiter. Zweite Embryo. Zweite Embryo. So, aus dem holen wir uns, kriegt man so ganz einfach. Äh, ja, wir warten bis der oben ist. Jetzt machen wir das so. Aus denen, naja, das sind so Lüftungsrohre, ne, kommt halt was raus, Luft. Wahrscheinlich heiße Luft, weil sonst würden wir daran nicht sterben. Muss ja so heiß denn sein, naja, keine Ahnung. Muss ja, ne, muss ja. Das ist auch ein langer Bonus, weil da die ganzen Scheißkisten halt sind. 3, 4, 5 und weiter geht's. Alter, 100, über 100, ähm, Bumperfrüchte. Kurz vergessen, wie sie hießen. Nein, das sind keine Äpfel, das sind Bumperfrüchte. Genau. So, jetzt gehen wir die 3A, das ist auch ziemlich cool. Das erspart uns hier gleich, äh, ein bisschen. Da kriegt man ein paar mehr Kisten, wie man sieht. War's schon. So, im Berio, da sind wir ja auch noch ein paar Kisten, das heißt mit 51 von 86 sind wir gut dabei. Ähm, man darf das ja immer nicht so sehen, weil da sind jetzt bestimmt 20, ich glaub das sind sogar 30 Kisten. Also, zwischen 20 und 30 sind da immer. Ich weiß nicht, ob es mal mehr als 30 sein können. Ähm, aber hier sind's 30. Oh, wow, euer Ernst? Das hätte nicht sein müssen. Aber jetzt in Ordnung. So an sich, ja. Erstmal. Hä, warum hab ich den Sprung jetzt nicht geschafft? Alles merkwürdig. Grausam schrecklich. Das schwerste ist halt ganz oben, weil man kann sich halt selber nicht wirklich sehen. Und ja, pfff, was war das für ein krüppeliger Drecksprung, Alter. Man kann sich selber nicht sehen und muss halt schon fast raten, wo man hinspringt. Man sieht halt auch nicht wirklich ein Schatten oder so. Darauf kann man ja nicht wirklich gucken. Hey, Mann, und dann springt sie zu weit. Dann springt sie zu kurz, dann zu weit. Und macht sie wieder so einen krüppeligen Kram da, Mann. Ich versteh's nicht. Mal klappt dieser Sprung mal nicht, oder was? Wie sie Lust hat. Anscheinend hat sie keine Lust. Hier kann man halt zwischenstoppen, muss es aber nicht machen. Ist halt egal. Wenn man eine kleine Verschnaufspause braucht, kann man das machen. Man muss es halt im Gefühl haben, wie weit man drücken kann. Oder muss, ne? Wenn ich jetzt so mache, muss ich im Gefühl haben. Ich muss es fühlen können, wie weit ich springen kann. Sonst kann man diesen Bonus nicht schaffen. Aber ich spiele das Spiel ja schon so lange. Also ein bisschen hat man das ja schon raus, ne? Man weiß ja ungefähr, manchmal keine Ahnung, da verstehe ich das nicht, wie springt so. Aber, naja. Größtenteils weiß man das. Man kann es zumindest ungefähr einschätzen, sagen wir es mal so. Irgendwo sind hier noch drei Kisten. Hier müssten drei Kisten sein. Drei Leben. Und eine fehlt noch, ne? Ne. Ist auch nicht. Cool. Wir haben alles. Müsste ich ja jetzt... Nein, ich hab noch keine 50%. So, ich denke auf Zeit machen wir das jetzt noch, oder? Oder machen wir das jetzt später? Das könnten wir jetzt theoretisch später machen. Also wir machen jetzt erstmal Cortex Power noch hinten dran. Und mal gucken, wann wir das mit der Zeit machen. Cortex Power ist nämlich, naja. Ein unnötiges Level, alles klar. Hätte ich bloß nicht gewartet. Wäre ich bloß nicht stehen geblieben. Dann springe ich auch noch, anstatt zu warten. Hier müssen wir nämlich einfach nur durchlaufen. Weil wir nicht alles kriegen können. Mal wieder. Aber das hat ja bald ein Ende. Also das nicht alles kriegen können, weil... Oh, man. Bald haben wir alles. Oh, wow. Genau. Ist auch eigentlich ein ziemlich kurzes Level. Wir sind schon durch. Hiermit bedanke ich mich für das Schauen des Crash Bandicoot Insane Trilogy Parts. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann und... Ciao. Ciao. Ciao.